Ich wollte jetzt arbeiten, ich bin nicht zu viel gewesen. Und nachher kam Zekulitas. Die Minipops ist gelaufen, aber ein Sodass ist nicht so lustig. Ich weiß nicht, dass es in der Halbstadt gehört. Nur Marina und Lenz gehört. Ich wusste niemand. Ja, ja, ist okay. Weil der Dick... Ja? Der Dick? Ja, ja. Der ist sowieso so, du ganz Arschloch. Der Security von Migros. Ah, die? Nein, nicht. Nein, nein, das ist äh... Nein, eigentlich nicht. Sondern die sind zivil gekommen. Ich wusste auch nicht, was es ist. Ich dachte, es ist gut, äh... Ja, es ist riesig, es ist gut. Zum Kontrollieren, ob es wirklich ruhig ist. Oder jetzt mit der Lunti Musik ist. Nein, der... Der Franco macht den Huren, hat Lunti nicht gemacht. Mit seinem Rammstein und seinem Zeug. Und er unter anderem mit seinem Rödelat Himmels. Das heißt, da... Kannst du auch nicht hören? Doch, doch. Ah, ich... Ich lieb's. Ja, der Miguel kennt's sicher auch. Der hat auch einen Ausbus zu hören gehabt. Ja. Und da habe ich... Da habe ich wieder müssen arbeiten. Der hat sich Rekommationen gegeben. Ich habe, äh, siehe vorlieg geschlossene Kamer. Ja. Ich bin der Gekkoch. Ja, ich bin der Gekkoch. Das ist Rekommationen. Ja, das ist Rekommationen. Okay, ciao. 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 Ohhhh Hallo, Mann. Hallo. so Das war's für heute. Das war's für heute. So... 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 So...